Niiiice. Äh, sag mir bitte. So, doch, das wäre jetzt irgendwie ein Raumschiff gewesen. Gut, ähm, sonst gibt's hier nix mehr zum Verpassen. Sehr gut. Moment mal. Na gut, hier komm ich nicht rüber, ich dachte. Hier hätt's vielleicht noch ein Secret gehabt. Aber nee. Dem ist nicht so. Ja, aber hier. Moment, muss ich doch da runter? Ähm. Anscheinend nicht. Ich dachte, ich probier's mal. Es sah jetzt nicht so hoch aus. Okay. Wo hast du das letzte Mal? Ah, von hier. Ah. Okay, wenn's noch da unten nicht ist, wie geht's dann hier weiter? Ah. Wie komme ich da noch oben? Da kann ich nur hin und her schwingen. Ach, da oben. Hm. Wow. Also manchmal bin ich schon ezentig doof. Äh. Das sieht potenziell nach Stress aus. Ach, nee, Moment mal. Es ist das, wo wir hier mit dem Spiegel herkommen sind. Ich weiß, ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Äh, vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Äh, Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Hahahaha, okay. Also, es raked wieder zu ihm. Wow. Ey. Okay. Aber ich hoffe mal, wir müssen's... Oh, warte mal. Ach so, das ist das Gleiche doch mal wieder. Äh, ach so, der Eingang war ja oben. Okay, jetzt wird Danker zurück. Und das ist eine Fragezeichen, ey. Da vermutlich nichts hier sind, oder? Nee. Na gut. Moin. Schneller, sie brauchen Verstärkung. Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Oh. Okay. Meid ihr? Warte mal. Ah, die Dudes stehen natürlich da unten wieder. Nee, das probier ich jetzt mal nicht. Vielleicht noch. Was ist mit der Beleuchtung hier los? Also, es hat schon dezenten Bethesda-Vibes hier drin. Ich meine, es ist jetzt noch nichts wirklich Schlimmes, aber auffallend. Ich? Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Mh. Ach komm. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Ob der wirklich was gewinnen wird? Vielleicht da hinten reingehen. Ähm. Zurücktreten. Sache des Imperiums. Warte mal. Kann ich? Ha. Ich kann. Nee. Abbrechen. Nee, hör auf damit. Ich kann da einfach so mal gucken. Okay. Kann ich euch auch irgendwie heller machen? Nee, hör mal auf damit. Keine Ahnung. Ja, so zum Beispiel. Äh. Und dann ungefähr. So. Alles klar. Ja. Geh mal bitte raus, bitte. Was passiert, wenn ich näher rangehe? Gar nichts. Okay. Hättest du es aber cool gefunden, wenn die angefangen hätten zu schießen oder irgendwas in der Art. Okay. Wisst's was? Wir schauen dann erstmal hier lang. Moinsen. Kommandant. Was auch immer da hinten läuft. Sehr. Okay. Rein hier. Ja. Ja. Moinsen. Moinsen. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich, ähm, hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Sarek Besch hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Sarek Besch? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Soll ich das noch aufheben? Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, ich sag's hier. Ihr wollt was ändern? Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an. Wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier. Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Baka, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Ja, so eilig? Ich hab auch Zeit. Zuwendung. Keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. War schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danker. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Gott, also mit denen haben wir schon mal einen guten Ruf. Aber auch nur so ein Minimum. Hast du was Neues für mich? Also, Danker. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Neonenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern. Aber ohne den kommst du dann nicht rein. Ähm, ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich hab einen Kontakt, ein Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine... Danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig. Hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Okay. Alles klar. Sitteln. Neue Tricks. Was haben wir denn da? Äh, lass mal gucken. Ist das hier? Das verbessert Bahnbrecher mit bereitgestellten Materialien. Also es macht Sinn, dass wir hier nochmal komplett rausgehen. Äh, geh. War das jetzt hier in die Richtung raus? Wo bin ich? Da. Ne, Moment. Ich bin da. Doch. Wir laufen einfach den kompletten Weg wieder raus. Lass mich raten. Jetzt rufen alle einmal an. Da kann ich mir aussuchen, was ich mache. Das Imperium braucht sie. Dienen sie der Galaktik. Sicher nicht. So, da da. Ähm. Ja, es muss eigentlich der Shop hier sein. Moin. Hilfsteile im Angebot. Aber warum hast du einen besonderen Marker? Ja, nicht verfügbar. Ja, gut. Dann, Journal. Schauen wir mal. Gelegenheit. Kai macht sicherlich einen Namen auf zu schildern. Verstecker des Sutterkartels hat einen Auftrag für sie. Ist das alles? Hm. Das ist jetzt nicht die Mission, die ich gesucht hätte. Was haben wir hier? Schmuck da rein. Hat eine Sammlung verschiedener Sette. Eine Gegenstände im Angebot. Ah, Belarusien. Waffenschmied. Okay. Okay. Ne, wir gehen doch nochmal rein. Und dann könnten wir uns auch noch die eine Sache für den Hutten ansehen. Die aktuellste Wind-Feier-Sage für heute. Auch in den folgenden Tagen. Die starke, gleichbleibende Winde vor. Wow. Die Motivation in der Ansage vom Wetter. 1A. Hallo. So, warte mal. Wo war das jetzt? Nehmen wir auf die Karte schauen. Der Blaster-Dude ist da hinten. Aber das hier war doch gesperrt. Wenn ich da vorne jetzt hier rechts reingehe. Oh, da auch nicht mehr. Okay. Also, wer von euch ist der Waffenschmied? So, viele Details hier. Äh, aber nee. Waffenschmied. Das sieht wieder nach Bekleidung aus. Wiedenhändler. Krimskrams. Auch wieder so Roboter-Zubehör. Wie ist der Waffenhändler? Ach, der ist da hinten. Ich gues mal da so entlang. Sehr nice. Sag mal, kann ich? Mach mal. Was verkaufst du denn? Der Abek-Dodo war der Vorfahre des gemeinen Abek-Tofa. Wie Sie sehen, haben sie eine äußerst ähnliche Knochenstruktur. Was ich faszinierend finde, ist die kleine Flügelspannweite. Die zeigt, dass der Abek-Dodo sich nicht weiterentwickelte, um sich Tosharas starke Winde nutzbar zu machen. Ob es damals wohl ruhiger zuging? Ein wirklich bemerkenswertes Exemplar. Also, Antiquitätenhändler hier. Alle klar. So, und das da könnte jetzt der Blasterhändler sein. Hey, bist du Velo? Danke, schick mich. Ah, ja. Ich hab gehört, dass du kommst. Warum brauche ich da Hilfe? Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren von Ausrüstunginformationen, bla bla bla. Dem Syndikaten nahe steht der Händler. Bei Syndikaten nahe steht der Händler zählt der Ruf. Die Waren sind teurer oder billiger. Okay, das macht irgendwie Sinn. Gut. Schau mal. Kaufen. Was haben wir hier? Das sind die ganzen Module. Jodengehäuse. Kaufen mal. Wir haben ja 979. Ich glaube, das reicht. Was kann ich denn alles verkaufen? Alle Wertsachen verkaufen. Geh. Äh, mach jetzt sofort eine tolle Wertsachen zu Geld. 23 mal 530. Ja, okay, passt. Und den Rest behalte ich. Toll. Und, ähm, hast du ein paar Ionengehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, äh, alles klar. Aber, hab ich das nicht gerade eben von ihm gekauft? Ich brauche was, ähm, inoffizielles für meinen Blaster. Äh, äh, das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Alles klar. Aber das heißt, ich kann jetzt bei Ihnen ja ins Gebiet rein. Sprich, da einmal um die Ecke. Stieh, das Blasterteil aus dem Pikes-Viertel oder aus dem Crimson Dawn-Viertel. Stieh, da oben kann ich reingehen. Das heißt, wir gehen hier geradeaus und dann links da rein. Moin, moin. Ich meinte, das war hier so hoch. Kann ich da rein? Nö. Das muss Crimson Dawn-Territorium sein. Und... Was geht hier ab? Ist das hier ein riesengroßer Suckentopf oder wie? Okay. Moin. Äh, nochmal kurz gerade gucken. Ja, das war hier. Ich kann rein. Nice. Aber das ist ja still. Dann los. Dankeschön. Dankeschön. Hm. Boah. Boah. Ganzes Lagerhaus voll. Guten Tag. Entschuldigung. Wir haben ja auch einen Händler. Kaufen. Ja, aber nichts Interessantes. Ja, allerdings. Einen Marker werde ich nicht haben, ne? Ne, wir müssen da irgendwie weiter rein. Gut, da darf ich auch nicht rennen. Aber, ich könnte hier hinten so durch. Ich glaube, ich werde meinen Ruf gleich wieder kaputt machen. Okay. Alter, das sieht so geil aus. Einen Moment, da muss ich nochmal ein Foto machen. Ähm. Hallo? Dankeschön. Und Foto. Besten Dank. So. Ja, bin sicher. Ja. Ja. Shit. Lauft's bitte gemeinsam. Fuck. Lass mich raten, einmal komplett raus. Na? Spiel. Geil. Kann ich jetzt gerade wieder rein? Ich kann. Und ich muss jetzt hier das Ganze nochmal neu machen. Ja, gut. Wie komme ich zu diesem... Ich glaube, da drin. Wie kriege ich euch beide hier weg? Da hat's zwei von euch. Vor mir läufst du nicht weg. Tja, das ist peinlich. Ja, schon so ein bisschen. Ich dachte, ich konnte es jetzt einfach nehmen. Ha, 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 ha. Noch zwei, dreimal und fertig war's. Gut. Also, erstmal nichts mitnehmen. Beziehungsweise nur, wenn ich halt irgendwie alleine bin. Sie macht keine Probleme. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Moin. Ja, ich will doch da nur durchgehen. Dankeschön. Wie komme ich in diesen einen Raum da rein? Ja, das ist definitiv dieser Lagerraum. Ich meine, ich will jetzt keine Baller-Orgie da starten. Hm, 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 hm. Da sind auch noch ein paar Dudes. Ja, ich probiere es nochmal hinten rum. So, ich werde nichts stehen. Ich will nur schauen, ob es da noch irgendwie... Nee. Brinkt mir auch nichts. Vermutlich wäre das hinten der Platz da, wo man rauskommen würde. Wenn man das in einen Luftschacht benutzt. Irgendwo hier. Hm, komm mal hoch. Komm mal hoch. Ob man von hier? Hm. Ich guess, probieren kann ich es mal. Wow. Es ist doch... Wow. Gut, also das ist einfach nur der Hintereingang. Alles klar. Dankeschön. Hier krieg ich die weg. So, leh. Nochmal runter. Kann die... Shit, das sind ja zwei. Ja, mach das mal. Pass doch auf. Ich mach doch gar nichts. Vergiss es. Ja, passt. Noch einer weniger. Und die sind ja alle nur am Schlafen. Ich freue mich auf meine Ablösung. So viel zu tun, so viel zu tun, hat man den Wechten immer weg. Die Frage ist halt, ob die Tür dann überhaupt aufgehen würde. Oh, warte mal, da ist eine Konsole. Beide ablenken geht halt leider nicht. Ich glaube, ich kenne mich. Hm. Geht. Das funktioniert nicht. Zeit, sie abzulenken. Nix. Na komm her. Ja, das Teil geht gar nicht auf. Ja, ich weiß. Karte. Wo sagt das Journal dazu? Gar nichts. Das wäre ein Gleiter. Der Brunnenbeer befindet sich an der Flussgabel in Südde von Toshara. Jemand hat das geschafft, den eigenen Gleiter. Ach so. Das war das, was ich da gefunden habe. Das sind die neuen Tricks. Steht das Blasterteil aus dem Palkviertel oder dem Bremsen-Dawnviertel? Auf der Karte zeigen. Aber er zeigt mir halt nur die ganze Region an. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier schießen anfange, dann habe ich drei, vier, fünf Leute. Was ist hier? Die Stress machen. Ja, ich bin dran. Ich habe nichts gemacht. Ich nicht. Kann man mal kurz doppelchecken. Kaufen. Ne. Man sollte wissen, was man will. Ja. Aber wenn das Tor nicht aufgeht, wie kriege ich das Tor auf? Oder wird das Teil hier angehen, wenn die beiden hier... Warte mal. Das wird vermutlich schief gehen. Ah, nee, 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 nee. Moment, 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 Moment. So, du bist hier noch mal ablenken. Alter, das hat funktioniert. Okay. Aber ich komme jetzt... Das war total für nix. Das gibt's doch nicht. Wo kriege ich denn jetzt das Teil her? Es gibt hier literally... keinen Eingang. Und hochsprünglich ist ja auch kein Aktion, oder? Wie soll man sich bei den Nerven konzentrieren? Ach, Mann, ey. Und da oben war nichts. Nee, ich will mir das nicht ansehen. Es gab doch sonst nix anderes da oben. Es ist ja einfach nur dieser Kreis... Oh. Ich hab's gesehen. Ich sieh's mich nicht. Oh, fuck. Fuck. Du gehst nirgendwo hin. Aber ich hab jetzt gesehen, was hingeht. Also, die Dudes da unten... Das war unnötig. Wir müssen da hinten rauf. Und dann vermutlich irgendwie durch diesen... Er arbeitet für uns. Meistens. Naja. Okay. Ich würd sagen, ich schleif mich noch mal nach da hinten rein. Und dann sehen wir uns an der Stelle noch mal. Ich bin doof. Maximal. Bis gleich. So, liebe Leute. Ich hab's geschafft hier rein. Und zwar bei diesem Ventilator hat's da links daneben. Also von meiner Sicht ist es hier links. Ein kleiner Schalter. Den muss der kleine hier drücken. Und dann bleibt er hier stehen. Und dann kann man hier rein. Okay. Ist das jetzt der Ort, den ich da gesehen hatte? Ach, da ist noch mal so ein Hebel. Ich würd sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal runter. Kamera, mal keine. Sehr gut. Ich würde sagen... Ich nehm erst mal hier ein paar Sachen mit. Nice. So. Also. Computer. Ne, hier. Yes. Ich hab das Teil. Hast du ne Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's ne Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem hab ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist es netter. Bequemer. Äh. Äh, okay. Na gut. So, und wie... Okay, ich brauch ne Schlüsselkarte, die ich nicht habe. Äh, ja gut. Schon gehört. Jemand ist in der Verwaltung eingebrochen und hat an den Tabellen rumgespielt. Das Fahrtier mit wenigen... Ah, wenigstens Wett... Einsätzen ist in Wahrheit der Favorit. Mit den wenigsten. Okay. Das ist gut to know. Ja, ich würde sagen... Wir sind hier fertig. Und dann besuchen wir unser Schiff. Bleibst du dauerhaft stehen? Neee. Mach ich mir das jetzt am blödesten? Neee, ablenken sollst du nicht. Du sollst den... Halten. Oh, 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 oh. Sehr gut. Da hinten ist mein ganzer Schalter. Perfekt. Der Du bleibt die ganze Zeit da stehen. Genauso wie der andere. Sonst, wir gehen jetzt hier einfach wieder runter. Und da ist nichts passiert. Wunderbar. Ja, raus hierher. Vielen lieben Dank. Ich hab mich nur umgesehen. Frag mich, ob das geht, dass wir bei allen dann zumindest den Status gut haben. Moin. Und jetzt wäre natürlich noch interessant, hier bei diesen Wettspielen nochmal mitzumachen. Wo wir jetzt diesen Geheimtipp haben. Da riecht was rauchig. Ja, ich geh jetzt von da. Dann bei Robotics. Zitterne. Ich hab so keine Ahnung, ob ich hier richtig laufe. Okay, da ist der Markt. Okay, ich schau doch nochmal auf die Karte, ja. Es sieht... Oh, ich konnte eine Schnellreise machen. Hm. Lass das mal machen. Mein sehen. Äh, unser Speeder ist wo? Ähm. Speeder. Wo hab ich denn geparkt? Das ist jetzt ein Problem. Das ist mein Speeder. Ähm. Oder kann ich den irgendwie auf magische Art und Weise herbeirufen? Äh, das gibt's doch nicht. Äh, das gibt's doch nicht. Wo ist der Speeder? Das ist die Stadt. Da muss ich hin. Imperiale Konsole. Ey, kannst du mir bitte sagen, wo mein Speeder ist? Hm. Das ist echt uncool. Einfach annehmen geht ja nicht. Was hat der denn doch hier irgendwo geparkt? Da ist weit und breit einfach nichts. Äh, Spiel, Hilfe. Bitte lasst es nicht irgendwie ein neuer Bug sein. Und auf der Karte hab ich hier auch nichts. Oder kann ich den über den Händler irgendwie wieder hersparen? Ach, warte mal. Z. Ich seh's grad. Oh. Okay. Na gut. Jusikowski. Ach, gut Verkehr hier. Hahaha. Oh, wisst ihr was? Kann ich von dem Move hier... So, gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Ja, jetzt bin ich nach hinten. Ah, das sieht doch geil aus. Da. Hallo. Dankeschön. Jetzt raus. Los geht's. So sieht unser Leben jetzt wohl aus. Was, nix? Wir sind allein. Also, komplett allein. Mit einem Todesball. Aber wir können es loswerden. Wir brauchen nur genug zum Überleben, bis wir einen großen Kuh landen. Ja, leider haben wir jemanden sehr mächtiges als Feind. Das mit dem Schiff war keine schlaue Idee. Ich meine, die Aktion da in dem Tresorraum, die war echt ein bisschen unnötig. Oh, moin. Hey, wow, wow. Wow, knapp. So, das da hinten müsste es dann eigentlich sein. Aber wir haben auf alle Fälle einige Fragezeichen jetzt hier bekommen. Ob man zumindest ein paar davon mal ansehen sollt. Oh, da ist unser Schiff. Sehr, sehr. Ähm. Ich würde mal sagen, wir gehen hier runter. Nee, gehen wir runter. Ich kann nicht wieder absteigen. Ach, mit er. Okay. Ja, ich muss sagen, so vom Look in 4. Kennst du mal hier ein bisschen besser. Zieh dir mal das Schiff an, nix. Wacker war fleißig. Ja, sieht eigentlich so aus, als könnte es gerade wegfliegen. Moin. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft? Mhm. Harte Arbeit, die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja. Sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Äh. Und du meinst. Ja, okay. Wie auch immer. Du bist halt der Mechaniker. Wö, ist jetzt diese. Ah. Und jetzt können wir hier entsprechend rumgehen. Nach oben? Nö. Okay. Da geht's aber nach wie vor nicht rein. Cockpit. Uh. Oh, wie geil. Wir haben eine eigene Lounge hier drin. Und wir werden gesucht. 400.000 Credits. Geil. Aber die Lounge ist geil. Ja, doch. I guess. Schlafbereich. Und da können wir Sachen hier ablegen. Ist dann für die Crew. Dusche. Ja, doch. Doch, doch. Das. Sieht schon geil aus. Ich hoffe, wir haben dann irgendwie eine Crew. Also. Werkbank. Blaster modifizieren. Module. Plasma-Ionen. Panadion-Modul. Das reduziert die Partikel abfeuert. Effektiv gegen Schilde und Droiden. Stufe 1. Haben wir alles. Ja, einbauen. Also, zusammensetzen und ausrüsten. Okay. Nice. Gut. Das war das. Was haben wir hier bei Plasma noch? Da hat man ein Upgrade. Bessere Genauigkeit. Oh, komm. Let's go. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Ne, ich glaube, das war's. Ich vermute mal, wir werden's dann hier mit Ruiden zu tun haben. Weil wir deswegen vermutlich jetzt das Upgrade hier gemacht haben. Aber, das sehen wir in der nächsten Episode. Ich muss hier mal ein bisschen kühl wieder. Sag's euch. Aufnehmen im Sommer ist furchtbar. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.